Hallo, Gnome 3. Auch mal vor Dateien anzeigen. Die Dateien können im Dateimanager nach Name, Größe, Typ und Änderungsdatum sortiert werden. Momentan wird nach Typ sortiert. Und so kommt es vor, dass Dateien, die mit Z anfangen, oben landen und mit O unten. Nun sortieren nach Name. Und hier ist es eben, dass Dateien oben landen können und Ordner unten. Um die Ordner vor den Dateien zu sortieren, klickt man auf Dateien, geht zu Einstellungen und setzt ein Häkchen bei Ordner vor Dateien anzeigen. Im dconf-editor findet man diese Einstellung unter Org, Gnome, Nautilus, Preferences und der Schlüssel dazu heißt sort-directories-first. Und hier ist das Häkchen, was man auch wieder entfernen kann. Per Befehl, G, settings, get org.gnome.nautilus. Punkt. Punkt. Preferences. Leerzeichen sort-directories-first. First kann man den Einstellungszustand abfragen, der hier true ist. Und per Set kann man die Einstellung ändern. True für Häkchen und false für kein Häkchen. Also false, um den Wert zu ändern und wieder true, um das Häkchen zu setzen. Tschau und viel Glück! Tschau und viel Glück! Indeed. IRA santé Herrn Kore applique auch ар ps confirm 4